Na wen haben wir denn da? Eure Lübe, Süße Tate Britta. Immer noch ein bisschen leicht erkältet, aber mit der Blumen Kati Perücke und einem neuen goldschwarzen Kleid, wieder von Filigree, die ist so Liebe. Aha, die Einstellung stimmt sogar, dann kann ich mich jetzt hier mal präsentieren. So. Mal sehen wie das aussieht. Sieht fantastisch aus. Ich kann mich ja hier wieder hermachen und kann euch ein bisschen was erzählen, wieder als Blondine, was ich immer sehr gerne bin. Ich will mir super gerne eine Blondine, weil Blond steht mir auch. Und das ist eine Perücke von Kati. Nur ein bisschen hoch. So. Und dann sieht er mich. Ich glaube, es sieht toll aus. Ich muss natürlich erstmal schauen, wie das aussieht. Aber ich glaube, es sieht klasse aus. Ich glaube, das lohnt sich wieder und sieht wieder toll aus. Wenn ich hier so als Britta Maus in der Kati Perücke komme. Ja, ich denke, das sieht ganz toll aus. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie das rüberkommt im Bild. Ja, Süßen. Ende. So, Süßen. Jetzt ist die Britta im Pelzmantel, im Zobel, die Blonde mit der Kati Perücke. Und schaut natürlich wieder, wie sie aussieht. Ich glaube, es sieht klasse aus. Jetzt gibt es noch eine neue Trenung. Und jetzt kommt das Rücken auf. Und dann kommt das Rücken auf. Und schon im Helden auf. Und dann kommt das Rücken auf. Und wir einfach mit dieser Nutzung. Und dann kommt das Rücken. So, ich bin eine tolle Frau. Ganz klasse Frau, sieht ganz toll aus, ganz toll aus, ein bisschen losziehen, so das sieht auch toll aus. So, ich bin eine tolle Frau. So, ich bin eine tolle Frau. Passt wieder alles. Ich sitze hier alles aus einem Guss. Tolle Frau, tolle Kleider, macht Spaß. So, ich sitze hier. So, ich sitze hier. So, klasse. So. So, und jetzt in Zobel. Die süße Tante Britta Zobelmantel. Ich glaube, das sieht auch toll aus. Gehen wir erstmal zurück. So. 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 Süßen. Das ist die Tante Britta. So. 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 So, dann komme ich mal her. So eine klasse Frau, ich bin nicht mehr so, das ist toll, das ist toll. Das ist toll, das ist toll, ich bin nicht eine tolle Frau. So ihr Süßen, da ist die Tante Britta wieder so, ein Kleidchen. Keine Musik, da kann ich auch nicht tanzen. Findet mir eine tolle Maus. Okay. Okay. So. 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 eine tolle maus und jetzt auch ganz klasse aus auch ganz toll ich denke mir das wird ganz klassisch ja da bin ich fast sicher dass ich euch da auch gefallen wäre und mein enkel ein bisschen wild die perücke aber ist eigentlich toll